hallo zusammen und willkommen zurück beim fm 20 und am letzten spieltag ja und da wartet noch mal ein echter knaller wir spielen nämlich gegen dalit hamlet sind erster ersten drei 74 punkte ja da wissen wir schon was uns erwartet bei uns geht es mir um nichts mehr wir können zwar noch auf den vierzehnten abfallen aber das war es dann auch charlie hicks verletzt und ich habe ja noch was hier nachzuliefern an spielen ja so muss ich gerade überlegen maidstone war das letzte spiel genau ja gegen james fort ein 3 zu 1 sieg überragend joe thompson mit zwei buden und charlie hicks auch noch interessant bei der begegnung war die sind 1 0 in führung gegangen genau wir haben ausgeglichen und dann hatten die noch entschuldigung elf meter den unser torwart gehalten hat ja das war so das interessanteste dann ist gegen chippen ham ja thompson und wo so getroffen ja auch souveräner sieg gegen den vorletzten genau das war der vorletzte hätte höher ausfallen können aber es war auch nie gefährdet wie gesagt nach 26 minuten war der drop schon gelutscht ja und jetzt halt das letzte spiel gegen den tabellen führer und auswärts noch also wenn das nicht mal ein echtes highlight ist was bleibt noch ja einfacher sieg zu saisonabschluss für dold hamlet erwartet her wäre schön wenn wir ihnen strich durch die rechnung machen würden taktik wie gesagt hicks müssen wir ersetzen der fällt noch zwei bis vier wochen aus ja mclellan vorne wieder drin hat ja schon ewig nicht mehr getroffen schauen wir mal mc akron gerade hat eigentlich auch ein formtief könnte ihm zwar noch mal was sagen hier kritisieren hoffentlich nützt es was und ansonsten wie gesagt oh wo so momentan der echten lauf deswegen steht er auch hier weil auch total am schwächeln ist dann seht ihr hier die letzten spiele absolut katastrophe gut ja so weit so gut joe thompson wie gesagt vorne drin fünf tore gemacht in der kurzen zeit top so ihre mannschaft spiele im moment über ihren möglichkeiten in irgendeiner form als herabblasend ich glaube nicht dass wir über unser leistungsvermögen spielen ich habe einen sehr talentierten kader genau das ist immer schön gelobt zu werden aber ich würde einen sieg am samstag bevorzugen genau das war auch so der knaller schlechthin dass wir den geholt haben ob die spieler gleich noch irgendwas von mir erwarten dass man noch eine ansprache gibt ich glaube nicht ne es geht ja um nichts wir sind ja im tabellen niemals land so in spiel wo wir hatten sogar das hinspiel gewonnen schlecht so zum spiel jawoll es ist schlecht dass wir das hinspiel gewonnen haben jetzt weiß ich gar nicht was ich denen noch erzählen soll 433 na zickt die maus jetzt hier rum eine letzte show genau unentschieden würde mir reichen aber dull wird streichen unentschieden nicht akinemi jones schön die sache geklärt gefällt mir ordentlich ball besitzt es ist schlecht woher fehlt in der ecke das ist aber zeit gelassen zu klären da und da ist es passiert 1 zu 0 so wir wollen ja ein bisschen gegen halten ich glaube wir pressen noch stärker nach Möglichkeit weiter vorne leute etwas leidenschaft auch wenn es der erste ist sind die auch noch ängstlich kann er nicht festhalten wenigstens zur ecke geklärt ja hier ist kein blumentopf zu gewinnen jetzt vielleicht mal freistoß von jefford ne bringt uns nur konnte ein das akinemi wieder zurück auf us sullivan aber king held sehr schön so langer abschlag aber thompson er hat schon seit zehn stunden oder so nicht mehr getroffen aber mangels alternativen sowohl bringen sich höchstens selber in gefahr oder ist mccoy wieder wird nicht richtig angegriffen das sah nicht aus als ob er den weggeschlagen hat sei er als ob er an der brust abgeprallt ist ecke wakefield auf passend chapman so ging mit einer kleinen flug einlage so jones jones ashby ecke kran oso kriegt ne noch schade wo wo so nochmal thompson jawohl da ist er joe thompson schöne abwehrfehler und thompson nutzt ihn sofort aus nicht schlecht da kriegen sie den ball nicht richtig weg dann usali wenn mit einer rückgabe zum torwart und direkt bedankt sich thompson sehr schön das schöne ist die werden jetzt garantiert nervös das könnte uns in die karten spielen mcclern immer noch mcclern homson schade das aufpassen woher schnell muss er aber king hat schön zugemacht siebzehnte gelbe karte für rhinos halber nicht schlecht woher elfte wenn wir uns über unsere 10 oder was nicht beschweren weg damit mccoy ok mehr glück als verstanden in dem fall boah der verteidiger und der torwart gerade zwei riesen böcke gemacht aber ist gerade noch mal gut gegangen so nichtsdestotrotz müssen wir ein paar hier kritisieren so aber sonst wo so gebe ich noch ein paar minuten der hat noch bonus aus den letzten spielen mccoy mccoy freistoß sofort oh kein abseits meistens ist doch sowas abseits geil geiles ding den hat er unter die latte gesetzt ne der torwart hat man unter die latte gelenkt dann kriegt der abwehrspieler ihn nicht weg und lucas moray macht seinen ersten saison treffer unser innenverteidiger sehr schön jetzt kriegen sie richtig panik jetzt brauchen die schon zwei tore um aufzusteigen weil die tabelle an machen jefford langer ball mcclein packen schnelle johns mccaycran will sowohl so wird nicht besser gut möchte gerne dieses ergebnis verteidigen aber jetzt schon noch nicht noch ist es zu früh zu mauern das mauren will ich ja eh nicht aber mc akron durch einen etwas defensiveren ersetzen wäre schon eine maßnahme aber mc akron spielt ja ganz gut eigentlich soll es loben war sie nun mal können wir ruhig mal machen beim stand von 2 zu 1 aber interessiert sie nicht sonderlich sind auf spiel fixiert hoffe ich jones thompson roh 3 zu 1 hätte man mir das vor dem spiel gesagt ich komme wahrscheinlich der überheblichkeitsfaktor bei denen noch dazu und roh natürlich seinen ganzen frust über seine letzten einsätze als einwechselspieler geile wegfiehlt ich glaube das schreit auch noch nach dem platzverweis bei den gegnern irgendeiner fliegt da garantiert noch vom platz könnte ich mir echt vorstellen der fort jones gerade noch so dazwischen gegangen sullivan mccoy akim jemi drüber sehr nett lauf sofort verliert er den zweikampf großer bock aber mit viel glück sind die nicht zum abschluss gekommen mccoy wobei so wir haben jetzt Zeit wir machen jetzt erstmal noch einen wechsel und dann machen wir noch einen wechsel ich würde sagen die spielen echt alle gut außer eddie jones jefford 73% aber wir haben keinen linken verteidiger dabei erobernd und unterstützend verteidigen so reese fleet rein paar minuten von der uhr nehmen und gleich nehmen wir noch einen wechsel vor vorher loben wir sie nochmal oh 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 roh roh thompson roh 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 verliert den ball aber jefford ist da jetzt flieht schlechter pass roh roh hot martin jemi mit dem fernschuss gott sei dank daneben so diese gerade so im flow müssen wir dann ein bisschen hier was machen für möglichkeiten haben wir noch mccl allen wird wahrscheinlich heute auch wieder nicht treffen da bringen wir dann braun sehr schön einmal noch loben wenn es noch möglich ist ja der gesamten seine gesamte abwehr gelb und er kriegt fünfte kriegt gelb und für uns gibt es noch eine ecke nix white aber king passt auf eddie jones mit der siebten gelben können wir auch mit leben und der ging drüber und das soll das dann wohl gewesen sein jawohl wir schlagen die tabellenführer zu hause mit 3 zu 1 wo er die fallen auf platz 6 zurück krass aber es war sehr eng da oben weiß jetzt gar nicht wie es ist die sind direkt aufgestiegen und die anderen spielen glaube ich noch play off keine ahnung ich kenne mich hier in england absolut nicht aus keiner hat mit uns gerechnet und ihr habt großartig gespielt ein würdiger abschluss dieses letzte spiel von der ersten staffel glanz vorstellung von thompson den habe ich erst beim letzten mal gelobt er hat mit richmond zum meister gekürt ja so psychospielchins kommt er hier mit interview noch das sollte es eigentlich im großen und ganzen gewesen sein hier uns ist die saison schon ende april vorbei was haben wir hier noch auszeichnung am ende der saison er spielt spieler der saison okay vor der saison nano wo so am vierten april ich glaube das war nicht schlecht ich glaube das war nicht schlecht so nochmal schauen hicks joo das ding kurz vor ja genau 89. minute 19. minute bäm aber ich glaube das habt ihr ja auch ich glaube das habe ich sogar live gezeigt das spiel oder ja ich glaube ja joo neuzugang der saison hicks ja der war in ordnung wer talent der saison erspiel ist klar saison rückblick nur wenige haben uns den klassenerhalt zugetraut die erwartungen wurden jedoch übertroffen und wir hatten sicheren mittelfeldplatz so ich bin nicht dabei heute ja pläne für die nächste saison diskutieren ja die saison ist zu ende es ist zeit sich auf den zukunft zu konzentrieren wir können nächstes jahr im abstiegskampf stecken im start kämpfen um drin zu bleiben ja das sind die verletzten kader im urlaub akzeptieren weil wir sind doch eh nicht mehr da leute wir sind dann eh nicht mehr da unser vertrag läuft aus weiß nur nicht ob ich eine so auslaufen lasse oder ob ich kündigen soll oder ob ich jetzt mal nach job angeboten gucken kann das ist halt so die frage zwei jahre früher als geplant oxford city hat sich bereit erklärt in der kommenden saison das stadion der york road zu mieten aha das court place farm stadium in dem sich der verein derzeit eingemietet erfüllt die mindestanforderungen nicht das stadion an der york road maidenhead von 1871 stein bietet 4500 zuschauern platz mccl allen sind neuer mannschaftsrekord zehn toren mcc akron sieben vorlagen okay es ist hier noch nichts erreicht groß elf weiße westen vom torwart aber sonst sollte das eigentlich alles gewesen sein sehe ich hier noch irgendwas wir sind sogar zwölfter geworden vorsicht der saison verlauf ne das ist auch nicht Ist ja auch egal. Sind wir noch irgendwo gestiegen? Bei den Werten sehe ich jetzt nicht so. Warum auch? Vertrag ist bis Ende Mai oder bis Ende Juni? Hälfte Woche gefehlt, sofort, okay. Vertragsinfo Ende Juni. Naja, man kann sich ja schon vorher wohl bewerben. Man muss ja da nicht sofort anfangen. Man will ja seinen Vertrag erfüllen, was ja auch besser ist für die Reputation, soweit ich weiß, bei anderen Vereinen. Deswegen ist es wichtig, dass man seine Ziele da auch erfüllt und Versprechen erfüllt. Weil, ne, wenn Wort nichts mehr wert ist, ja, was dann? Okay, Leute. Das war der letzte Spieltag. Ich weiß es nicht, inwieweit ich jetzt mit der zweiten Staffel anfange oder ob wir hier noch eine 21. Folge kriegen, wo wir noch die Verhandlungen haben und das noch in die Staffel geht. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Leute, in diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.